Willkommen zurück. Willkommen zurück. Es geht gleich weiter. Heiltrank erhalten. Super. Die verticken wieder Heiltränke. Das was andere Gegner natürlich nicht machen. Was bist du denn? Kann man dich essen? Was auch immer du bist. Ach du bist so ein Ding. Na gut, auch dich werde ich vom Himmel holen. Das kannst du mir glauben, mein Süßer. So, aber wir werden hier auf jeden Fall einmal Analysator nutzen. Alle Gegner um, den mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Führt gewaltige Elementarangriffe aus. Aber gegen alles normal. Schade. Aha, aber ich sehe gerade, er hat eine recht hohe, ähm, na, einen recht hoch angelegten Serienbalken. Deswegen, bam, werden wir jetzt erstmal auf, wow, genau so machen. So, geheilt und auf Extermination. Um den Serienbalken zu halten. Und Doppelschlag. Um jetzt nochmal richtig schön gegen den Schaden anzusetzen. Bam, bam, bam. So, schickst du mir die Grüße ans Sanktum. Ich denke, das wird das Letzte sein, was du tust. So, tschüss. Äh, ja. Hm. Komisch, wenn es Maschinen sind, kriege ich einfach nicht die volle Punktzahl. Die sind irgendwie mal ein bisschen radikaler als der Rest. Da hinten ist eine Kiste. Ähm, ja. Mal gucken, was wir hier noch haben. Okay, bei der Kiste ist anscheinend auch gleich der nächste Speicherpunkt. Den werden wir auch natürlich ausnutzen. So. Was kommt jetzt auf uns zu? Haben wir hier irgendwo einen Schützen? Gaddis, da haben wir den Schützen. Den Schützen werden wir als erstes zerlegen. Anschließend kommen wir auf den Rest der Garde. Wow. So, einmal nochmal schnell Doppelsequenz. Bam, 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 bam. Böse Angelegenheit. Einerseits sind die Kämpfe auch gar nicht... Also die Kämpfe werden eigentlich immer komplizierter. Ich denke mal, das merkt ihr auch alleine daran, dass ich hier anfange, äh, viel mehr zu machen, als einfach nur gerade drauf zu prügeln. Sonst wechselt sehr, sehr häufig die Paradigmen und... setzt das ein oder andere Mal irgendwelche Sonderfähigkeiten an... oder so, keine Ahnung. Ab und an mache ich auch mal... den Kampf selber, indem ich auf Fähigkeiten gehe. Das sieht dann meistens so aus. Hey, Schock und ab nach oben mit dir. Tschüss. Danke. Auf nie wieder gesehen. Es ist schon recht schade, dass ich, äh, schon voll... Okay. Ich kann mir schon fast vorstellen, was gleich kommt. Eternikum. Alles klar. Wenn das einfach nur ein Eter ist, dann wäre es auch mal ein bisschen lächerlich. Wo haben wir es denn? Inventar. Gegenstände. Eternikum. Ach, das ist ja natürlich geil. Frischt MTP aus. Also, Metamorph-Punkte füllt das Ding auf. Also, wir speichern natürlich nach jedem... äh, bei jedem Speicherpunkt den Lippen ab. Bling. Dann... Ich... Ach, nicht speichern. Ich wollte... Was? Ja. Ich wollte eigentlich noch mal ins Geschäft, weil wir müssten... Oh, magische Momente. Ach, wie süß. Weiß jetzt Amulett. Nö, hatte ich nicht vorzukaufen. Ähm, Drogeriemarkt einhorn. Wir müssten doch auch nicht. Ballistowasser? Nee. Leben und Überleben. Auch nicht. Schade. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich, äh... jetzt dieses Aeternikum auch da drin finde. Mal gucken. Da ist nichts. Da ist nichts. Ich probiere ich es trotzdem einfach mal hinten rum. Ach, Mist. Zieh, wir haben ein bisschen fix. Schade deine Meinung auf der Kampf. Okay. So. Wir setzen gleich auf... hin hier. Um dem... komischen Ding... schnell ein Ende zu setzen. Ich hoffe, dass ich dann auch der wichtige Gegner... den wir dafür ausrufen... Achtung. Aber einmal bitte auch Particular. Willkommen, Hope. Bitte heil dich mal. Danke. So, Extermination, damit wir wieder mal ein bisschen den Serienbonus erhöhen, ja, und zum schönen Abschluss haben wir schnell eine Doppelsequenz eingeworfen, damit wir hoffentlich hier den großen Bomber hier gleich mal weg haben. Äh, ja. Na komm, die kriege ich jetzt. Gut, und hochheilen bitte, Hope. Heile bitte, ja, er heilt mich erstmal selber. Das Main Target von diesen komischen heftigen Dingen. So, jetzt brauchen wir auch keine Heilung mehr. Hey. Hm, das ist wieder typisch, aber egal. Ich bin glücklicher drüber, wenn das so läuft. War hier irgendwo eine Kiste oder dergleichen? Das kann doch nicht sein, dass hier keine Kiste war oder so. Hm. Was bist du denn? Kann man dich essen? Aktivieren wir einfach mal. Oh, das ist aber eine sehr große Plattform. Wir gehen. Was ist passiert? Oh, na. Jetzt noch ein Bosskampf. Das ist es. Operation Nora. Ich habe zwar schon erwartet, dass jetzt ein gewisser Bosskampf kommt, aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er schon so schützlich einsetzt. Oh. Oh, Doppelsequenzen müsste jetzt was. Wow, 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 wow. Ja, heile mich hoch, bevor du anbringst, irgendwelche Sturze zu diesen. ein Kollege Ach, Eizschutz habt ihr jetzt? So, einmal die Termination wieder zurück Au Böse, 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 wir müssen hier trotzdem eine Pause machen, so leid es mir tut, bis gleich, tschüss